guten tag leute einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dem nächsten Heistvorbereitung. Mein Elegy steht diesmal da drüben. Das sieht so geil aus. Alle laufen erst mal kreuz und queren zu finden, anstatt dass sie alle ins gleiche einsteigen. Haha, wer ist denn da dagegen geknallt? Ich? Der Andi, der Andi, der ist ein alter Knaller. Der Mum war cool. Hey warte, jetzt kommt ein cooler Muff. Moppet! Ach übrigens, Entschuldigung, La Coste. Ne, wie heißt der? La Coz. La Costo. La Costo. Tut mir leid, war Absicht. Er hat gesagt, er guckt unsere Videos, oder? Moppet! Ah, das Moppet! Ich hab's auch nochmal erwischt. Chris, er hat gesagt, er guckt dann unsere Videos, oder? Ja. Wir müssen doch jetzt ziemlich niveaulos sein, damit er weiß, auf was er sich eingelassen hat, oder? Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich hab mich total verfahren. Moppet! Also wirst du doch noch split mir hinterher, dann wärst du wieder richtig blöd. Ja, ich weiß schon. Ich weiß ja, Andi, ich weiß, doch. Hat's der? Alter, ich falle ein Kotze hinterher, und... Gehst du mir alles den Weg hier? Mach größten Weg hier? Das wird einfach nur Kur geradeaus. Du, 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 du. Boah, ich hoffe jetzt nur, dass meine Tonkur aufnimmt, dann, ähm, ich bin mir jetzt schon wieder nicht sicher, ob ich das auch schön gedrückt hab. was ist denn hier los von den stau soll ich jetzt die autobahn wieder zurückfahren ja weil du auf unsere richtung muss ohne spaß dem schwarzen fehlen jetzt schon noch ein paar ps mit einem turbo das fehlt jetzt noch ja dann besorgt ja ich habe mich gedreht hat er dich angetecht ja das geilste im in gepanzerten koruma hat es gedreht und mich nicht ach so das war das beste was ich jemals gesehen habe ein geplant von der koruma voll auf mich drauf gezogen und jemals gedreht best time of my life alter ich bin schon wieder falsch und dann bin ich auch noch da ich habe nicht gesagt dass du schwarz bist sondern ich habe nicht gesagt dass du schwarz bist sondern ich habe gesagt dass du nicht so war das eigentlich gemeint du hast es bloß nicht gleich gecheckt planer die rassige russien die nichts kann und jetzt auch in bunt und farbe heißt das dass du jetzt überall rein was ist jetzt los jetzt irgendwie bis Chris an der richtigen stelle ist haben die glaube ich da schon aufgeräumt oder ja wahrscheinlich oh der ging in den schwanz dick er hat penis gesagt nein ich habe schwanz gesagt nicht penis warum dann nicht durch da kommt einer bäumen lauf sag mal wo seid ihr eigentlich ich war hier voll durch die pampa ach ja ok ja das kommt jetzt wird mir einiges klar seid ihr gerade am ballern oder was ja ich bin gerade am offen wir haben es fast schon wieder geschafft nee wir haben es geschafft es tut mir leid einer ist noch warte bleib 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 ich springe warte andy ich steig bei dir auf geht's oh mein erster geklauter in search ja steig du hinten ab das glaube ich nein nicht so weit hinten da habe ich mir auch gerade gedacht das war jetzt nicht so wie ich das so jetzt was will denn der schon wieder ich fahr doch nicht so wie das navi oder wow alter was ist denn das da schießt irgendwas ganz krasses auch ein helikopter wenn ich jetzt so schnell auch gesagt er kann kann der mal aufhören damit er mag dich hey like Moped die auf dem Moped hat so ausschaut wie meine alte lana dachte mir wie meine alte das würde ich nie sagen das würde ich nie sagen nein würde ich auch nie sagen hey wie du achst geradeaus geht's auch alles klar hab ich doch nicht in die Puppe schützen oder ey warum springt der raus nein Moped der ist rausgesprungen tut das etwas wow alter was war denn das schon wieder was hat er was hat er jetzt gemacht er ist weiter gefahren ok mit einem anderen auto ja das war aber gefährlich ne mit dem Insurgent ein Teamleben haben wir äh Andy du könntest bei uns einsteigen äh Chris du könntest bei uns einsteigen NEIN ey ey wieso hat er mich jetzt erwischt ich denke das ding scheiß Ding ist gepanzert aber nicht die Scheiben hab ich dir das schon mal gesagt ja und jetzt das war hup 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 warte da vorne ist er das ist Laktose ja äh wo seid ihr äh Chris ist von vorne angekommen sehe ich das richtig warte die schießen auf mich die Arschgeigen das sind wir ja ich nein jetzt lädt ihr auch noch nach man was Leute lass mich da rein NIEIN es ist zu spät die haben die haben Mario rausgesnitzt die haben ihn gestimt Alter wie wie fett hat mich der bitte gehittert keine Ahnung ich weiß nicht wie viel Energie du hattest ich hab fett drauf gehalten ich war zwar rot aber ich muss mich schon wieder gehielt gehabt haben schneller Neustart wo ist Bild nach oben da wo ist Bild nach oben da kaufst du noch die Bild ja die liegt immer auf der Arbeit ich kauf sie zwar nicht aber auf der Arbeit liegt die immer rum bei uns gibt es Sven an den Blick oder die 20 Minuten den Blick das hört sich ja krass an bei uns gibt es den Augustin ich weiß nicht ob ihr den in Deutschland kennt den fetten Augustin ja ihr kennt den Augustin das sind die ähm ich will fahren 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 boah wie jetzt Andi komm her ich brauche einen schützen einen guten ich geh dahin Andi ja schütze da wir müssen jetzt irgendwie in der Nähe mit bleiben wir müssen wirklich schauen dass wir die Helikopters mit wegkriegen dann fahre ich jetzt mal mit Tastatur und schieße auch mit und zack bäm und zack bäm wo seid denn ihr wo seid denn ihr fahr einfach wir wären eigentlich dem Navi hinterher gefahren aber du musstest dir einen ich sag jetzt mal alternativ weg suchen nein schubst ihn drüber schubst mich halt vor ich werde von der Seite gehen kommt ihr drüber nö wir fahren nicht nein 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 nicht durch die Scheiben schießen schon wieder hau bloß ab oh warte wer hör auf hör auf hör auf mit dem Scheiß das ist eh Freundbeschuss die können uns nicht sprengen beziehungsweise Laktose ähm also ich fahr jetzt mal weiter ich warte jetzt nicht auf euch das ist mir zu heiss ja ja fahr einfach ähm wir sind direkt hinter dir aber verrate es niemandem wir stecken quasi mit dem Cock in dem Arsch nö 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 das machst du du hohohoh das sind wirklich best Faradon der hat mich schon wieder die Tiere kommen wieder reingedrückt die Arschgeige das ist ein Mopedfahrer ja den habe ich leider nicht erwischt ja den habe ich leider nicht erwischt und bei mir hat der irgendwie den richtig dicken Move gemacht na da vorne ist noch einer MOPPED dann bin ich nämlich schneller ja habe ihn schon reingeholt woa äh Andy du äh Christen fährst ein bisschen ja ich wollte es nur sagen hat er gerade Penis gesagt Penis keine Ahnung Moped nochmal fett über die Leiche habt ihr einen da raus erwischt oh check this out ich bin tot ah ne ich bin tot ja aber du fährst du fährst automatisch ein bisschen weiter ja ich weiß das ist die Leiche Moped versuch mir den Weg dort Moped boah der trifft mich irgendwas boah der schießt auf mich ich bin gleich tot sehr schön schieß den mal ab man ja ich bin tot ja ich bin tot wir sind noch am Weg boah hast du jetzt geschrien alter mir sind jetzt die Ohren rausgefallen was ich habe gar nicht geschrien doch hast du schon nein du musst mich mit schützen alter ich könnte gar nichts machen äh Andy habe ich geschrien? nein danke wo warte ich werde von dem der richtige Karte gehetet just for information jetzt nicht mehr kom reappe na 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 oh unter schwete was ist das jetzt schalte die helder leute aus dann super nutze sie 4 annäherungs sie habe ich nur Ne, behalte die, die sind zu teuer Boah, ich habe einen da rausgeschossen Ja, aber wohin müssen wir denn jetzt? Einfach fahren Wir müssen erst mal loswerden Also fahre ich einfach sinnlos weiter, oder was? Ja, einfach den Weg entlang fahren Okay Das hört sich einfach an Ja Kann ich nicht einfach irgendwo einen Berg rauffahren? Nein, wir haben damit nicht jemanden zum töten Das ist der letzte Und dann können wir nach Hause fahren Boom, der ist der letzte, oder was? Ja, irgendwie schon Einer ist, glaube ich, noch da Hast du den jetzt backen gesehen? So Da hinten ist noch einer Ja Wir fahren einfach weiter, das müsste dann automatisch triggern Also ich bin jetzt schon irgendwie fast am Meer, Leute Ja, solange ich den das Center bist, ist alles okay Äh, 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 Chris, bist du den kleinen Weg da hochgefahren? Ja Ja Ja, hast du den kleinen Okay Ja, hast du den kleinen? Oh? Hast du? Wie? Ich habe einen kleinen, stimmt überhaupt nicht Menno Aber Lana hat einen kleinen, oder? Lana hat ganz kleine Titis Außerdem weiß ich nicht, wie groß deiner ist, Chris Weißt du, dass das mich nichts interessiert? Hahaha Stimmt gar nicht, eigentlich ist das ein Hauptthema Mit dem man mit mir immer spricht, wenn wir alleine auf TS sind Mario, ich glaube, Drehung Nö, wir töten ihn Das geht mir jetzt hart Warte, ich habe heute bei der Fahrprüfung gelernt Ich darf nicht in einem Tunnel stehen bleiben Oder darin umdrehen So Viel besser Und, äh, Mario, sag bitte Bescheid, wenn du Fahrprüfung hast Damit ich an dem Tag nicht mit meinem Auto rumfahre, okay? Ja, weil ich auch in Deutschland die Fahrprüfung habe Ja, hallo, du bist der Glitch immerhin Genau Da machst du auf einmal Glitch und dann stehst du vor mir mitten auf der Kreuzung Nee, nee, nee Weißt du, so, ja, im Großen und Ganzen hat alles gepasst Aber dass wir einfach so mitten in Deutschland aufgetaucht sind War jetzt nicht so mega geil Aber immerhin sind wir dann Immerhin sind wir wieder zurück, nee Könnt ihr jetzt ihn mal abknallen? Ja, tut uns leid, ich baller schon auf Zivilisten, hilft das? Nee Nee, dann bekommen wir Sterne Wir bekommen, wir bekommen keine Sterne Was denn ich sagst? Wir sind fahndungslos Ja Ja, deine Straßenlage hat zu kaufen Durchgefüllt, ne? Durchgefüllt? Durchgefüllt 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 Füllen 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 Einfach geradeaus drüber springen, schweb Hab ich vor? Nein Nein, da ist ein Felsen und ein Baum Das geht noch Das geht noch Das muss noch weiter gehen Ja 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 Hast du den jetzt echt erwischt? Das darfst du nicht mehr trinken Was ich getrunken habe Ich habe einen halben Liter Vollmilch getrunken Oh mein Gott Natürlich nicht Laktoseintoleranz Also da hätte ich meinen Spaß, Alter Da wäre das Bettchen schön warm Weißt du? Moin, hab ich dich gekickt? Irgendwo dahin Also, ähm, ich bekomme davon, also mir wird davon übel und ähm, ich bekomme davon Komm nochmal auf, fix Aber ich, ich habe nur leichte Laktoseintoleranz Das kann halt wirklich gehen, dass, äh, das, äh, ja, wirklich halt richtig hart, äh, Probleme bekommen Mario, komm rauf, ich will dich nochmal wegkicken Ja, ich versuch schon Den anderen hat es auch geschmissen, Alter, jetzt geht mal weg da Okay Ja, fahr einfach hin Ja, wir können nicht mehr kommen Musst einfach nur hinbreddern So Boah, ich bin mir manchmal nicht sicher, obwohl ich tue so viel Milch im Kaffee trinken Ja, probier's einfach mal mit Laktose frei Ein Milch, ob's dann auch so ist Oder, nehm dir Laktostopp Laktostopp, genau Sollte ich vielleicht nehmen, wenn ich Käse esse, weil ich vertrag keinen Käse mehr auf jeden Fall Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal, bis dann, tschüssi Tschüss Sehr geil, ja, und nimm mich Tieter Oh, ah, tschüss Tschüss Dann geht's Vielen Dank.